Servus und herzlich willkommen hier bei meinem ersten Schafkopf Let's Play sag ich jetzt einfach mal und ich würde sagen wir machen jetzt immer vier Spiele also ja vier Spiele und dass wir fangen hier bei 3000 Punkte an und dann sehen wir ja wie viel Verlust oder Gewinn wir immer gemacht haben. So jetzt spielt er hier in Gaia versuchen wir natürlich zu toppen da sticht er rein hätte ich natürlich schmieren müssen aber auf die zwei Punkte her und ja jetzt schauen wir hier mal kann ja keiner mehr das bringt einen ober na den machen wir uns 61 Augen leider knapp verloren knapp aber können wir klopfen jetzt haben wir hier 2950 Punkte und es geht eigentlich jetzt spielen wir hier mal ein Sauspiel genau jetzt er hätte auch dann sage ich einfach mal ich hätte ein Geier können wir spielen wenn wir ehrlich sind können wir spielen was soll ich jetzt ein Solo spielen was soll der spielen wenn es ja auch kommen No Risk No Fun gleich hier mal in der ersten Folge hier ein geiles Solo abliefern ist natürlich nicht geil denn schaut euch mal die Karten da an das ist natürlich Boynix Sau den hier können wir mal ablegen hier da steht er natürlich mit der Sau und ich weiß nicht so und dann müsste der bitte hoch sein ja und er ist hoch und jetzt haben wir mal die Dice gehabt und gewonnen ok 2 Spiele noch und dann war es von meinem ersten Después Play wir sind jetzt bei 3.250 Punkten und jetzt Geier ne sagen wir mal einfach weiter und er spielt ein Ramsch ist natürlich nicht so optimal für uns jetzt kommt bitte sehr schön ich muss er immer mit mit der Sau stechen sonst sieht es auf jeden fall nicht gut aus für uns ja das ist das problem das kommt sie wieder nicht und das versuchen wir hier einfach mal das habe ich einen Trumpf raus gespielt ich weiß echt nicht wieso aber vielleicht, ah geht nicht durch, egal ja und den stechen wir hier einfach mal und den hier auch oder stechen wir den oder ist er nur der Schellen, ich glaube nur da, Schellen Ober ne nicht mal, doch, ja haben wir ganz klar verloren und erst beim letzten Spiel, ich wollte eigentlich einen Durchmarsch probieren aber das war eigentlich zu unmöglich ja hätte ich klopfen können spielen wir einfach mal wieder ein Zauspiel auf die blaue mit der blauen und okay er schießt uns an und ehrlich ich weiß nicht wieso ja okay anscheinend ist der laubfrei würde ich sagen, kommen wir einfach mal so raus der ist wahrscheinlich der blaue und der rote ja der blaue und der alte ja da kommt schon der alte und der sucht er das ist schon mal perfekt, dass die durchgeht das ist das ist überragend ja der blaue und 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 Vielen Dank.